Hallo, hallo. Ich bin gerade draußen, wie man unschwer erkennen kann. Und es sieht einfach übel hübsch aus, weil es alles gefroren ist. Ich dachte mir, ich zeige euch mal ein bisschen, was ich hier so entdeckt habe. Ich bin gerade so, wenn es alles gut geht. Wie vielmehr, wenn es alles gut geht. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.